ja hi und willkommen mein name ist dann hier und ich begrüße euch zurück zu let's play final fantasy 7 wie ja eine letzte folge haben wir weiterhin der schindler wieder gemacht und so ein bisschen umgeschaut mit kate zip und co und dann sind damit klaut und den rest der mädels zusammengestoßen und mit 13 und wir haben einen neuen kollegen getroffen und zwar vincent valentine ein extra cloud kate zip und ich hatte während der ganzen cut team wo wir den gesehen haben ein dicks grinsen aufs gesicht und habe mich super gefreut ihn zu sehen und ich bin mir sicher wir werden noch so ein bisschen von dem sehen im laufe von diesem spiel deswegen hoffe ich dass sobald wir rausgehen sich neue irgendwie was tut weil ich will noch nicht hier rausgehen ohne ja genau weiter mit dem ein bisschen zu schnacken und letztes mal gegen gekämpft als er in seine gallianischen bestien vor mir sich verwandelt hatte irgendwann später mehr aber jetzt einmal versuchen wir mal so wenn ich mich nicht irre wenn ich mich nicht ganz irre dann na guck mal wie das spiel hat hier macht ne ja guck mal ich glaube mal glaubst du dass wir irgendwo material versteckt sind kannst du an gar nichts anderes denken da gehen aber wieder schlafen na da wollen wir noch mal sehen na ok dann gehen wir eben aber ich komme wieder oder du wirst wieder kommen irgendwas irgendwer irgendwann wird wieder kommen ich weiß nicht aber gut ist ja noch weiter aufzunehmen ich habe schon zwei parts aufgenommen und ich tue wieder meine stimme schrotten aber ich kann jetzt um wirklich aufhören was jetzt hast du uns etwa die ganze liebe zeit nur dämliche märchen erzählt nicht doch ich weiß wo er sich befindet aber vorher müssen wir noch mal zum goldshause hä wieso das denn um den tempel betreten zu können brauchen wir zuerst ein bisschen zuerst ein bisschen zu starr der ist aber seit gut 20 jahren spurlos verschwunden ratet wo man ihn zuletzt gesehen hat im goldshause was nicht sicher ob er noch dort ist aber ein versuch ist es wert ich vertraue dir catchy wir tun ja müssen vor spuren sollen in ereignissen von mir aus sagt bescheid wenn wir los können ok ich gehe dann jetzt ganz sicher ok ich weiß nicht was ich ja schon alles sagen sollen wir nicht wegen spoiler und so deswegen weiß ich nicht so genau was ich hier alles sagen sollen aber wo ich erzählen hier ende kommen wir nicht ja schon fast fertig eine fertigkeit kann man auch noch lernen einfach so ok ok cool bin ich ja das beteil also wir müssen jetzt zum goldshause was bedeutet wir müssen wahrscheinlich jetzt erst mal wieder wir haben jetzt wieder ein bisschen freiraum nehme ich an keine ahnung und kommen wir mal schnell reisen zurzeit nicht möglich ok ok hey was ist los aber man aber man nicht der tücher wieder unter dem ich irgendwie experimentiert oder so beim letzten mal also war sein motorrad geschotter du idiot ich habe dich schon vermisst das hier ist eine persönliche sache wenn mein chef davon wüsste würde er mich feiern du hast goldene und selber naja das ist sehr kurz pause mein brennender wunsch dich zu sehen hat mich hier geführt kann ich noch ein bosskampf ich befürchte mein motor gibt so langsam den kreis sc4 sehr viel rot cloud oh my god wie viele bosskämpfer kommen denn hier noch keine chance da jetzt wo ich nicht bereit bin kommt der natürlich mehr ist klar der leute war eine erzählbahn unterzogen seine fähigkeit hat sich dadurch schlackert verbessert ich kann aufhören angefallen sitzen ja der macht mich gerade völlig das ist hier auf einmal los mit den kämpfen der einige der kämpfe waren so einfach naja jetzt jetzt gehen sie irgendwie auf von hoch mit der schwierigkeit warum setzt du entfernen angefallen wenn du direkt vor mir stehst kollege ich kann noch nicht mal irgendwie trainieren wenn ich wollte wenn ich jetzt hier nicht weiter kommen dann stecke ich ja fest mal leute weiss mal wenn wir mit der schwierigkeit hier der kampf gegen winzen war auch voll schwierig wie die alle aus dem weg gehen ich habe drei gedrückt ich weiß nicht was ich sagen soll also gerade regina von mir entfernt mein freund kannst du ein bisschen samter zu mir sein ich drücke 3 ich weiß nicht was ich dir sagen soll ich drücke ich habe mir zu gehen die typen allein kämpfen ist eigentlich vollkommen wäre jetzt war mein gott ja ich sei noch kein erstes mal getroffen hat damit ich bin tot hier haben wir auf stück geschwächt ich hab genug ja oh mein gott irgendwelche letzten worte weil ich rein der ist jetzt von einfach oder was ne oh mein gott erst was tot das gibt es jetzt nicht was hast du behaltet ein mitleid für dich das hier ist ein duel oder nicht das sonst bis zum bitteren ende kämpfen okay kann man gott wie traue ich eben nicht so ganz was stimmt denn nicht das wird so einfach ist die ganze zeit schockanfällig warum ich weiß spiel gerade mit dem feuer aber okay aber die sagen wenn ich ja wollte ihn jetzt essen weit schwarze materia mein freund verdammte degeneration ist ja noch mal jetzt so kommt sagen ja das passiert hier nicht ganz sicher sie hat recht das passiert hier nicht kommt schon zur hochpunkt der dekadenz es ist nicht mehr weit ok währenddessen im mit habe ich irgendwie an dieser eine ziehen aus feinl wenn sie acht An alle Shinra-feindlich gesinnten Kräfte. Ich gehöre zu Wutais Übergangsregierung. Mein Name ist Glenn Lodbrock. Die Zeit zum Handeln ist gekommen. Erheben wir uns gegen Tyrannei und Willkür. Vor wenigen Tagen wurde die Kanone in Junon abgefeuert. Ein Zeichen, dass es sich bei den Erben des Shinra-Konzerns um einen genauso gewalttätigen Despoten wie seinen Vater handelt. Nicht nur das. Wir haben Informationen, nach denen der Shinra-Konzern seine Makro-Reaktoren nutzt, um lebende Waffen zu entwickeln. Wutai wollte das untersuchen, denn eine solche Ungeheuerlichkeit würde einen klaren Verstoß gegen uns. Unser Abkommen darstellen. Und Shinra gewährte ihnen Zugang zum Reaktor. Nur um unsere Leute dann vor Ort kaltblütig zu ermorden. Wer genau hat die überhaupt erledigt? Das folgende Bildmaterial ist überaus verstörend. Das nennt Rufus Shinra also Waffenruhe. Ja, das könnte auch Wutai in Verkleidung gewesen sein, ne? Aber doch, brennt in unseren Herzen die Flamme des Widerstandes. Und zusammen entfachen wie ein Feuer so gewaltig, so lichterloh, so heiß, dass sich auch ihre strahlende Schälerne Stadt unserem Willen beugen wird. Wir stehen am Beginn einer Revolution. Alle Weichen sind gestellt. Und anführen wird uns niemand geringeres als Gouverneur SeRouf. Wer? Wer? Okay. Hm. Black. Wer ist dieser Seruf eigentlich? Und warum kommt er nicht? Über jemanden mit diesem Namen haben wir derzeit keine Informationen. Dann sucht ihr wohl nicht gründlich genug. Macht gefälligst eure Arbeit. Ma'am. Und wer ist dieser Glenn irgendwas? Glenn Lodbrock. Ex-Soldat. Prototyp. Klasse P0. Vor 15 Jahren entsandte man ihn auf eine Expedition nach Radur. Sie schlug fehl. Darauf führte ich die Armee. Ein Deserteur will also unseren guten Namen. Das ist kein Name von den Regionen aus dem Original. In seinem Austritt reiste er umher und fand weitere Personen, die seine Abneigung gegen Shinra teilen. Euroversorgter mit denen gesprochen ein paar Mal. Ich dachte, wir hätten Avalanche zerstört. Es geht nicht nur um Avalanche. Nach dem Fall der Republik kam es, in den einzelnen Regionen zu Konflikten. Die Überlebenden der damals besiegten Armeen scheinen nun eine neue Allianz gebildet zu haben. Oh, das leuchtet natürlich ein. Für Freiheit von der Republik griffen sie zu den Waffen. Aber kaum war der Krieg vorbei, standen wir plötzlich als der neue Machthaber vor ihnen. Wenn man es so sieht, haben wir eine ganze Armee von Feinden. Sieht nichts aus, als würde er noch auftauchen. Hey, wer beobachtet. Die Zetra ist auf dem Weg zum Tempel ihres Volkes. Ihr wisst, sie hat derzeit höchste Priorität. Wir müssen das verheißene Land finden, egal wie. Das ist Shinras Mission. Diese Übertragung aus Wutai muss überall zu sehen gewesen sein. Unsere Bürger sind ganz sicher in Aufruhr. Wir sollten uns zu dieser Sache äußern. Ich werde eine Erklärung abgeben. Son, bitte. Sir. Okay. Ich weiß natürlich über einige Sachen Bescheid, die ja gerade passieren. Aber ich halte mich noch geschlossen. Vielleicht habt ihr die auch selber rauskommen. Eine Sache ist ziemlich offensichtlich. Wenn man darüber kurz nachdenkt. Es ist nicht nur weit, sondern auch unwegsam. Nicht wahr, kitschy? Hey, bist du Tauber oder so? Ähm, also... Hm. Zet, rauch! Ruf da jemand nach, Zet? Kommt schon. Sehen wir nach. Hm. Das ist eine Sondermeldung. So. Charlie. Charlie. In der Nähe der Schwarzkunden habe ich schwache protosubstantielle Signale geortet. Ich kann es mir auch nicht erklären. Deswegen. Möchtest du, dass wir es herausfinden? Du bist schnell von Begriff. Die Schwarzkunden-Legens. Du konzentierst mich da sowieso immer noch, wenn du mich für irgendwas brauchst. Das ist das Ziel zu. Ihr habt sicher viel zu tun. Aber vielleicht könntet ihr der Sache einmal nachgehen. Okay, ich würde aber erst mal noch ein bisschen weiter hier in der Schwarzkundenverband. Ich habe noch gar nicht hier alles erkundet. Ich nehme mal, jetzt können wir endlich mal hier erkunden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst mal dahin, um so ein ganz kleines bisschen die Story voranzutreiben. Ich nehme jetzt nicht an, wir kommen jetzt irgendwie gezwungen irgendwo hin. Deswegen gucken wir mal, was hier so zu tun gibt. Erst mal. Wo hören wir das? Von wo hören wir das? Okay. Hey, sit. Versetzt worden? Nee. Hab auf euch gewartet. Gib da was, das ich fragen wollte. Sag mal, deine Mutter. Ist die zufällig Ifalna? Ja. Wieso? Ich hab's doch gleich gewusst. Ein Hoch auf meinen Messerscharfen verstand. Mann, bin ich froh, dass ich euch gerufen habe. Und? Wie geht's ihr? Alles gut? Sie ist tot. Ich bin damals Shinra beigetreten, weil ich Pilot werden wollte. Zuerst war ich aber nur der Laufbursche für die Mechaniker. Bin durchs ganze Gebäude und hab alles Mögliche repariert. Oh, sie hat es jetzt immer im Hintergrund. Das war's doch du, oder etwa nicht? Möglich. Du warst grad mal so groß. Und ich? Vielleicht so groß. Du bist also gestorben. Verstehe, verstehe. Verdammt. Du, sag mal. Eris. Eris. Gibt's irgendwas, das ich tun kann? Ich will helfen. Wieso das denn? Ich hab keine Hintergedanken. Wenn du uns weiter durch die Gegend fliegst, reicht das. Gut, dann bring uns mal zum Goatshacer. Und zwar umsonst, du willst ja helfen. Nein, wir zahlen. Nee, geht aufs Haus. Ja, das ist jetzt echt. Dann sag Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ja, aber jetzt nicht. Wiedersehen mit dem Goatshacer. Weil dann geht's wahrscheinlich wieder voll weiter, ne? Kann man mit dir reden? Na, darfst du losgehen? So, weil dann geht's wahrscheinlich ja voll mit der Story weiter, ne? Gut, das heißt, wir haben jetzt hier Zeit wieder zum Erkunden, nehme ich an, ne? So, ich glaube, ich halt. Ich erkläre dann einfach mal, ne? Ich will jetzt einfach mal hier weitergehen. So, ich meine, na, ist das jetzt zu? Sag mir nicht, dass er jetzt zu ist. Ich geh jetzt noch mal den ganzen Weg da runter, ne? Ich glaub's mal. Ich geh jetzt noch mal dahin, auch wenn er verschlossen ist. Das ist wahrscheinlich sein wird. So, Spoiler, nehme ich an, für die nächsten vier, fünf Minuten. Was hat da? Ne, ne, warte mal, da ist falsch. Jetzt kommen wir wieder ganz unten. So, ja, Vincent ist ein spielbarer Charakter in Final Fantasy 7. Und wenn man hier gerade das Ding verlassen hätte, dann hätte sich Vincent einen angeschlossen. Aber da wir noch relativ spät im Spiel sind schon, und das Spiel, so, wir sind irgendwie so, ich glaube, bei 77 Prozent habe ich mal letztens, glaube ich. Und ja, da wir schon so spät im Spiel sind, stelle ich mir sehr schlecht vor, dass er sich noch uns anschließen wird. Deswegen, ja. Ne, das war nicht der Tor gewesen, ne? Deswegen habe ich mir schon irgendwie gedacht, so, ne, da schließt sich wahrscheinlich hier nicht mehr an, sondern irgendwann später. Im Original hätte man dann irgendwie hier reingehen müssen. Immer wieder, immer und immer, immer wieder und in einiger Frage beantworten müssen. Und dann hätte, wenn man, wenn man das Gebiet verlassen hätte, dann wäre er, kurz vorm Ausgang noch aufknochen gesagt, hätte gesagt, so, hey, hör mal. Ich glaube, er hat irgendwie sowas gesagt, so, hey, wenn ich euch begleite, dann treffe ich da auf einen Mann namens Hoyo. Und ja, dann kommt er dann und schließt sich einen an. Und es ist so ein optionaler Charakter, ja, genauso wie Jofi. Aber da haben sie wahrscheinlich auch noch geändert, ne? Aber ja, wir sind schon so fast am Ende des Spiels. Deswegen stelle ich mir sehr schlecht vor, dass er sich jetzt noch irgendwie uns anschließt und so. Und auch ein spielbarer Charakterwert. Ich habe mir ja vielleicht gedacht, es passiert sowas ähnliches wie mit Red 13 damals, ne? Im ersten Teil, wo er sich auch irgendwie uns angestellt hat, angeschlossen hat, aber nicht wirklich angeschlossen hat, so als Partymitglied oder so. Und dann, ja, am nächsten, im nächsten Teil hätte er sich dann angeschlossen. Aber nee, so läuft das hier in dem Spiel nicht ab. Moment, weil wir sind schon viel zu spät im Spiel. Und wir scheinen auch einige Sachen hier zu überspringen, ehrlich gesagt. Weil der nächste Halt wäre in der Themen, wäre nämlich, Sitz Heimat gewesen, wo wir dann auch zum ersten Mal Sitz getroffen hätten. Sag ich, der Wasserstreit nicht genug bat sie komisch aus, wenn die anderen alle auch. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man die Dinge einsammelt. Ich sammle so einfach mal ein. Wir haben natürlich ja noch nicht alles in Nibelheim gemacht, deswegen gehen wir mal hier hin und machen das alles, ne? Damit das wisst. Also jetzt ist es eine S-Base, ich gerade. Ich glaube, der wird mich fertig machen. Den haben wir ja glaube ich schon gesehen. Einmal haben wir sehen, sein Dings glaube ich aktiviert, ne? So, da muss er irgendwie was mit diesem Ding an der Aufsicht haben, ne? Und ja, diese Verwandlung, die er da, ehrlich gesagt, gehabt, gemacht hat, diese galanische Beste, er war nämlich, seine Limitfähigkeit im Original. Also wenn er sein Limit aktiviert hat, dann hat er sich in ein Monster verwandelt und man kann ihn dann nicht mehr kontrollieren, weil er ja automatisch für einen kämpft und muss man sagen, er ist neu. Deswegen hat er sich auch gerade verbandelt, ne? Ich weiß nicht, ob er erklärt wurde, warum er sich verwandeln konnte. Also hier wurde es noch nicht erklärt, aber ich weiß auch gar nicht mehr, ob er im Original irgendwann mal erklärt wurde. Vincent hat ja auch sein eigenes Spiel gehabt, Dirt of Cervos. Und da wurde, glaube ich, ein bisschen mehr drauf eingegangen. Was ist alles so auf sich, so mit ihm auf sich hat und so, ne? Und was er, was seine Rolle ist und weil er sich nicht alles. Und weil nicht jetzt, ich habe das Gefühl, jetzt kommt er ein bisschen cringe rüber, ne? Weil halt, na, wir sind hier. Weil es war ganz offensichtlich, dass die so, den so ein bisschen ins Lächerliche, gezogen haben, ne, als sie ja, als sie ja diesen Scanner, den in die Hand gedrückt haben und irgendwie, der nicht angemacht hat oder so. Weil halt hier, 4, 4, 3, 3, muss ich mal kurz konzentrieren. 4, 4, 4, 3, 3, 3, 6, 3, 6, 4, 4, 3, 3, 6, 3, 6, 9, 33 kreis mit 36 34 33 36 36 die waffen von dem kurs ja wobei stehen geliebten naja ja wir haben ihn so ein bisschen ins sicherlich gezogen sowie cloud hier weil er sich halt versucht ein bisschen zu cool zu geben und das kommt halt nicht mehr so gut rüber heutzutage aber ich glaube ihr versteht nicht mehr damals das damals waren at schlotz noch ein bisschen populärer und damals war vincent der krasseste typ aller zeiten da müsst ihr euch mal vorstellen deswegen der war super populär und deswegen hat auch sein eigenes spiel bekommen der war halt vielleicht sogar der populärste charakter im spiel ist sogar neben cloud und ja aber heutzutage sind es schlotz ein bisschen ja sie sind nicht mehr so populär weil weil es schlotz sind halt weil ich so charaktere mit so voll krassen design die tragischen hintergut geschichten und und diesen genau diesen verhalten hat cloud zum beispiel hat und so ne da kommt heutzutage nicht mehr so gut rüber jetzt nicht so im sinne von die leute gefällt hat nicht aber es ist nicht mal so populär wie es damals war ne war also vor 20 30 jahren hat original rausgekommen ist ja da war der da war vincent der krasseste typ aller zeiten und jeder hat den geliebt aber heute ist das konzept hat ein bisschen ausgelutscht deswegen was bist du da unten da wartet man ist schon wieder nächstes so kotolo da kann ich doch in einer mich noch nicht mal ron das sollte man kate fraus nehmen ja anscheinend es schließt sich winzeln uns nicht an aber die haben ja so ein bisschen wir haben ja auch einige sachen mit jufi geändert da gab es auch dieses oh mein gott da gab es ja auch diese ganze komplett andere möglichkeit sie zu rekrutieren im original wir haben sie natürlich geändert wir haben sie ja in costa del zoll zum ersten mal getroffen zum ersten mal hat sie sich uns angeschlossen also war ein bisschen klar hat die hat mit vincent auch ändern ich nehme an das wird sich irgendwie sonst am ende des spiels irgendwie anschließend oder so irgendwann wird da passieren oder so keine ahnung oder er tut sich im nächsten spiel anschließend weil die werden den typen nicht ins spiel reinpacken und den nicht spielbar machen vielleicht nicht mehr in diesem spiel aber mit absoluter sicherheit im nächsten spiel dann weil die werden den typen die werden nicht ein remake von final fantasy 7 ausbringen und den nicht spiel machen ist das unmöglich die werden hat wahrscheinlich genauso handhaben wie mit red 13 13 war ja auch im letzten spiel er hat sich schon schon angeschlossen aber war nicht spielbar und dann am anfang dieses spiels hat er sich ja uns sozusagen offiziell der gruppe angeschlossen das ist ungefähr so schlecht mehr hat vor wie hat machen dann im nächsten teil von final fancy final fancy sieben also müssen wir uns ein bisschen gedulden gut sowie dazu haben wir genug spoiler hier von von vincent ne so kann man auch meinen coolen strand hier an wo ich dich aus den augen verliert aber wir sind gegner okay sind ein bisschen zu viele gegner vielleicht gegen alle vielleicht kämpfen und ich muss mal jemanden noch mal hat alles für gegner sein design gesehen habe klasse seine stimme weiß ich irgendwie nicht was ich davon halten soll aber ganz ehrlich ich hatte ehrlich gesagt nicht wirklich irgendwie war nicht eine vorstellung der richtige wieder klingen würde rückwirkend betrachtet ich ja irgendwie eine höhere stimme so eine etwas höhere stimme hätte ich mir vorgestellt aber daher ja so ein edge slot charakter ist macht eigentlich eine tiefere sinne irgendwie mehr sinne von daher ja ich bin mal gespannt wie seine englische stimme ist ich kenne ich kenne ja nur seine englische stimme ich kenne nur seine englische stimme aus der shop serbos schon ewigkeiten ja seit ich adventure in geschaut habe und da seine stimme gilt da seine stimme irgendwie gehört habe ich kann mich daran gar keine stimme erinnern er hat gesagt passt schon sein design ist natürlich auch sie exakt genauso aus wie das original alter ich habe das ding getroffen nur weil das ding nur weil das nicht gerade aus war oder was er wird so oh mein gott und jetzt eigentlich noch nicht aber ich habe doch doch gerade nach ein er wird mich hoffen wo leute war das hier in letzter zeit los diese blöden kisten jetzt auch noch so weit er bewegt sich dahin und die blöde ding auf mann ob er damit glänzen ist ja nicht ist doch egal mein gott so gut die lebensquelle mit mir die ganze zeit angezeigt alles klar ich habe euch das team geändert dabei sie ist schoko bogat hat ich einsamme macht hat irgendwas tut irgendwie meine quest oder so die mir sagt soll du musst alles einsammeln da war ein kleiner schokobo gruppe ändern bevor ich weiter mache wir hatten schon gerade welt und so gerade letzten part ich finde so gut dass man so das ding auch aufstellen kann geht sogar schneller war zum schokobo mehr kraft in den füßen als du cloud habe ich das ja gerade verstehen da hat er das sieht doch ja sowas von danach aus als wird ja hier der boss von niebeleim irgendwie ja seine hier wenn man alle monster erledigt hat dann tut man ja diesen diesen einen boss noch freischalten die man mit kämpfen muss diesen diesen wie dem morbo oder so den großen morbo oder königs mal wohl aber auch immer war das kommt stimmt hier an da lassen wir mal kurz als unter schlüsselobjekte schlüsselgegenstände schokobo kräuter und habe ich ja jetzt eine menge gesammelt ne oder nicht gold fehler ja der moge räuschen ist das wäre vielleicht nicht schlecht so mit den klamotten die ganze herumlaufen aber geht ja anscheinend nicht ne sachen ist da gibt es irgendein grund für mich diese dinge da einzusammeln weil sonst möchte ich nehme ich auf was das tier erst mal kunde soll man das machen dann kann man nämlich beim nächsten mal ohnehin versuchen wobei ich doch da bauen wir erstmal ein bisschen soweit nicht level oder irgendwie so langsam glaube ich die dinge irgendwie die sprung wäre weil wir gehen irgendwie irgendwie ist das voll am längen gerade wo chokobo kras wir kommen ja sofort und wenn wir ja voll hoch fliegen können hatte warte 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 hatte 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 das kann sein hatte ich mich ja auch noch als ein bilder aber jetzt ein kampf da kann ich nicht darüber schock schock anfällig aber ich habe sie gerade abgemacht noch zu sehen ich habe noch flügel denn 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 wirksam 1 er ist hat glaube ich alles machen wir nicht geklappt so als da dauert wieder ewig bisher jeder charakter außer cloud hier so viel schwierigkeiten von atb zu gehen dann versuchen wir mal so heiß gerade warum bringt das nix ich muss nicht schockanfälte ankommen ich bin bereit noch mal mich an hat der versteinerung schnabe sein kiefer zerstörst mit der schockanfähig dann mach mal ein ding wenn du möchtest dagegen hast was kam war meine das kommt noch mal einen angriff ich möchte lange noch mal neu warum ja da nicht geklappt dann kann ich noch mal machen aber noch mal steine aus schnade wie soll ich den kaputt machen kann umgehen als schwächen oder in seinen weg das wissen war seine attacke sein kiefer zerstört wieder schock anfällig ja wie denn ich habe alles auf ihn aufgebaut der verscheinungsnebel na oh mein gott steinungsnebel ok ich mache sein eigenes einsehen hp balken gehabt er gibt es nicht heute das war ja nur noch unter eine minute hier leichter gott schaffbar hier war ich ihn zu den switcher hat voll aber die kaputt ja noch mal ich das ding nicht anvisiert hatte jetzt einfach nicht ja so einfach mal den eine halbe minute schafft man jetzt komme ich euch doch zu sein ding nein dann tue ich dich atomisieren gott sei sehr schmerzhaft das schützt voll in den tank amt das tut mir leid ich glaube hier sind wir fast fertig da ist noch die lebenswürmer lebensquelle ok irgendwie ist nie bleiben nicht so groß deswegen sind wir ja eigentlich schnell fällig sein habe ich so gefühl sondern mehr von diesen dinger ok bestmaja mogi äußern zu finden ich weiß auch nicht ob ich das schon gefunden hat da ist doch was war können wir uns darum wie mogi äußern sind mal gut so schnell wie möglich zu finden wegen den kodexen deswegen gehen wir da als erstes da ist doch schon da müsste auch der letzte mogi reischen sein da müsste sogar letzte mogi reischen sein das mogi reis betreten aber es hat schon gemacht ne hilft mir hilft der mogi natürlich nicht auf normal und gehen sie mir jetzt auf einmal so eine frage dass ich muss jetzt sehr aufpassen drei minuten so ich habe nur zweimal getroffen werden habe ich da verstanden jetzt gerade hau gott ha ha so unser blöden band aus jetzt kommt er so sagt nein 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 da kann ich jetzt schon vergessen ist aber auch eine blöde ok naja kann ich schon vergessen oh mein gott ich habe nochmal versuchen ja eine beschissenen stelle sagen wir mal hier lang als erstes es ist natürlich ja bringt leider nichts oh mein gott der ist herausgefordert gibt es nicht er hat nicht getroffen wenn es noch nicht mal problem mehr die zeit hier als so schnell zu machen oh mein gott ok ganz ruhig ganz ruhig die tatsache dass die von da drin noch weitermachen ich muss ja überall so um wege gehen wenn ich getroffen werde sich nach wo wir in einer zeit limitiert wie solche hat hier so schnell machen ok mein gott hier ist trotzdem ein ja das letzte ich habe noch eine minute die musik genau unter die musik aber wir sollten das jetzt zeitmäßig bohrleute und euch das jetzt zeitmäßig nach schaffen kommt so mein gott nein bauleute bestand er hat er nicht gegrabt so jetzt aber nur da rein nein tue nicht eine blöde animation machen gerne von da rein wo ich doch gerne mit sechs sekunden noch die sind immer noch voll gruselig aus wir verwandeln mich nicht hinein ich habe sowas von gewusst ich habe sowas von gewusst wo bringt er mich in ihr gruseligen vier in jedem anderen spiel wäre es gleich gewesen nur nicht in diesem spiel wo die kupus die mogi so komisch aussehen ich kann fliegen cloud cloud ich wusste gar nicht dass du fliegen kannst da sind die anderen hat als hier noch so an beobachten hier bei jetzt tiefer und so alles klar nicht übel nicht übel guck mal mori prüschte ja ich kaufe eigentlich immer schon alles weg weg so war 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 an zeit war bogita ist man wird man ganz genau hin lässt sich ein kupo vornehmen wird die fundrate nach siegen gewagt gegner was bedeutet das was für eine fundrate hinter das ist nicht so als würden wir gegenstände oder irgendwie sollte finden so jetzt kann man eigentlich hier elixier und äther blöde kaufen so alles klar damit haben wir schon mal eine sache komplett abgeschlossen cool auch gott du gehst mir wahrscheinlich ja wieder nur dings ne so eine mogelmedaille nein danke da versuche ich doch ja mein glück mit den ganzen kisten die ich kaputt hauen kann so haben wir schon alle wir haben schon alle funkt nehmen wir haben noch nicht alle funktürme der letzte funktur mit spiels also langsam ist es ja dann die trophäen ja anläufen aber von einem jahr bald alles gefunden haben nehme ich jetzt mal so an Nein mich noch gucken wie man da hinkommt welche treppe da hoch geht ich finde auch den funkturm dann gehen wir nach hause kann man mal feiern ab heute haben wir vincent gar nicht mehr gesehen aber da kommt schon irgendwann ne und dann geht es richtig und wahrscheinlich nicht mehr in diesem spiel aber da ist der funkturm irgendwann da ist ein montesaurus jetzt sehe ich doch schon und darum nehme werfe ich bin noch gar nicht so voll hoch ich will mein gott wo er ist zwei finger weg von dem nachher nicht schon wieder müssen sagen und sagen einer muss ich ein leute naja ich wollte sagen würde in seiner rechne haltung jetzt noch die tiefstimme benutzen diese blöden werfen sie eigentlich sein müssen so haben wir gerade so ich will nur diesen letzten funktur noch holen ist der letzte funktur des spiels man weiß es nicht man weiß es nicht spätestens jetzt werde ich es wissen die haben die starie aber ein bisschen geändert weil dieser tempel des alten volks da kommt eigentlich gesagt ein bisschen später noch erst was man abstecher zu zu sitz heimat machen dann macht man irgendwie so ein abstecher ich glaube nach wo teil und dann irgendwann ich glaube da muss man zu seiner ausgaben städte und da muss man erst herausfinden wo der tempel sich befindet ich war also ab da wird es ein bisschen war ab da wird es ein bisschen weil nicht nebel ich bei mir versteht ihr cloud so mit meiner erinnerung sowohl die story so ungefähr hingeht und da gehen wir so ungefähr schon auf cd 2 los weil sie sehen wir ja mehrere cds eingeteilt ne und alles was wir hier bisher noch machen ist eigentlich noch cd1 wenn ich mich habe ich da schon mal erwähnt all das was wir bis jetzt gemacht haben der mietger all das hier ne all das ist noch cd1 gewesen von drei wir befinden uns noch im ersten drittel spiel aber ich mein cd3 war super super klein im vergleich zu den ersten beiden die ersten beiden cds waren relativ lang so relativ gleich lang und feine fans die acht hat aber glaube ich auch ne ich nehme an die vierte cd zum beispiel als feiner fans 8 14 ds warum sind ja immer so schwarze punkte schwarz kunden weil wenn es acht hat aber irgendwie hat gleich problem weil er ab 14 ds die ersten drei waren ja relativ gleich lang und die letzten paar stunden waren mehr oder weniger nur noch die vierte cd also ich weiß nicht wie groß die spiel damals waren aber ich nehme an jetzt nehmen wir mal irgendwie ich habe ja nicht ich habe irgendwie falsch irgendwie geahnt habt irgendwie jetzt nehmen wir mal an jetzt nehmen wir mal an irgendwie das spiel war zehn gigabyte großen und ich nehme so wie so wie ich mir vorstelle haben ja irgendwie die auf der ersten cd von final fans 8 haben sie drei gigabytes sind auch für zwei cd haben sie drei gigabyte auf der vierte auf der dritten cd haben sie drei gigabyte und dann hatten sie halt nur noch ein gigabyte übrig und das haben sie auch für vierten cd gemacht also anstatt also die haben irgendwie die länge nicht richtig irgendwie ausgeglichen habe ich sorgte für da gibt es eigentlich noch mehr mission ich darüber nachdenke singende köche nieblein dorfküche mal schon mal annehmen mal irgendwann mal machen einer quest ich könnte ja noch mal nachgucken ja noch mal ja juffis waffen und barrels waffen man glaubt schnell ob die jetzt irgendwie neue sachen gelernt haben und so ne aber ist glaube ich in ordnung so drei noch so warmes red als einziger schon auf sieben alle anderen sind noch auf sechs keine ahnung da ist auf jeden fall noch platz auf reichen seite wenn man sieht da ist einfach nur texten ja weil hier ist zum beispiel größer ich habe gedacht da könnte man irgendwie sehen wie viele effekte man da drin haben kann ich würde sagen einer geht doch nicht gut aber ich würde sagen in dieser folge machen wir feierabend jetzt mal feierabend und in der nächsten folge geht es dann weiter mit der erkundung von nibelheim und einigen quests und vielleicht ein bisschen karen spielen und alles was uns noch so lustiges einfällt ne gut dann sage ich dankeschön wir so schauen ich hoffe ich hatte die folge gefallen mein gott man kann sich nur hier oder hier nicht irgendwo dazwischen teleportieren oh mein gott gut ich sage an dankeschön wir sehen uns in der nächsten folge wieder hinterlassen leiten abo kommentar das wird im kanal sehr weiter und ich sage tschau ja jetzt gibt es nicht mehr zu sehen danke kann jetzt eigentlich fragen denn schnapp ich mir den schnapp ich mir